Ja, die muss dranhängen. Zeig dir das Territorium von Deutschland an. Jedes Schiff, was in der Berufsschiff war das, muss das Land vom Herkunft haben. Ab sieben Meter. Unter sieben Meter brauchst du die, da musst du sie bloß mitführen. Das hab ich nicht gerne dabei. Ich sag bloß immer, armes Deutschland, wo sind wir hingekommen. Ich hab zu DDR-Zeiten haben wir hier ruhiger gelebt und besser gelebt. Also Sie würden lieber die DDR vorne an ihr Schiff hängen? Wenn nach mir gehen würde ich ja. Seid ganz ehrlich. Da hab ich ruhig gelebt. Da hab ich nicht so viel Kontrollen gehabt und nichts. Die könnte wieder da.